Kann ich nicht weiter, weil der Mist und Suicide ist. Ja, egal! Loll! Den letzten kriegt ihr jetzt, dann habt ihr. Haben wir oben. Ja, der hat einen Rod. Den kriegt ihr kommt. War gar nicht vorhersehbar, dass der die Rods dabei hat. Haben wir oben? Jo, wieder Rod Spam! Was ist das für ein Kid? Ist das Rod Aim? Ja, dann weiß ich ja, was das für ein Kid ist. Das ist halt so richtiger, wichtiger Rod Spam. Ja, ich kann 10 mal pro Sekunde die Rod auswerfen. Ah, Numa, da muss ich ja den ersten Bogen nehmen. Man kann den so leicht rumverordnen. Leberkäse mit einer Seite. Komm halt nicht hoch. Berke, du wirst den irgendwie kriegen. Wer macht denn dann bei denen den Bogen? Nice! Du hast den anderen auch noch. Nice! Berke rasiert! Berke, I love you! Das sah so behindert aus und er hat sich trotzdem alle gepflegt. Berke hat alle. Numa, bleibst du oben? Numa, baue eine Base. Ich geh jetzt den Bogen hoch, ich hab kein A mit dem. Warte, die beiden sind in Kontan. Der Bogen von denen ist schon auf dem Weg. Wär denn Achtung, Val oder wer? Ja, natürlich, Val. Schade. Ich hab aber richtig Angst, dass ich runtergeschossen werde, ehrlich gesagt. Ja, Val hat gutes Bogen. Wenn's zum Bogen kommt, dann greift Val an. Wenn's geht. Ich kann ihn nicht angreifen, der ist viel zu weit weg. Versuchen OP-Weg schon mal zu ziehen. Nein, Luma, ablenken. Leberkäs. Einer Semmel dazu. Er trifft mich nicht, bitte, 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 bitte. Ja, adit, adit. OP-Weg 125 ist gut. Wir kämpfen grad noch damit, oben zu bekommen. Aber ich hab hier ne richtig scheiß Base, Luma. Ja, ich muss ihn jetzt angreifen, sagt mir Nick-Nick. Mann, Mann, ich hab kein Aim. Ja. Also mit dem Texture-Pack, das hätt ich noch erwähnen müssen. Ja, ich hab ne Päcke. Hast du Blöcke, Nick, wenn du P-Weg? Ja, ich hab noch nen Stack. Die wollen den Kontan weg direkt zählt. Die machen den Luma-Army-Kontan weg. Oh shit. Du mal, darf ich mein... Du mal nimmst du kurz den Bogen, damit ich mein Texture-Pack ändern kann gleich. Obwohl, ne, ich will mit dem... Ich üb' mal mit dem Bogen... Er sagt 125, wieso das? Drei Blöcke hoch, den du P-Weg, Semmel. Was? Drei Blöcke noch höher, laut, adit. Was bringt das sonst adit? Schack, wir mal. Äh, Berke machst du zuerst, ich spring dir nach mit MLG. Nein, wartet auf mich, bitte, wartet auf mich. Dann können wir zur dritte MLG machen. Schau mal, wann bist du oben? Ich geh' jetzt hoch. Oh, wow. Lass mich und Berke doch zu zweit schon machen. Ja, zu zweit, mach einfach zu zweit. Ja gut, dann macht halt. Einer muss springen, einer muss laufen, ihr müsst euch entscheiden. Semmel, du kannst ja grad nicht... Einer springt, einer muss laufen. Okay. Bestimm ich jetzt. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Nur noch der Boss will gleich in der Base. Oh, er trifft mich in der Luft. Nicht geschafft, nicht geschafft. Semmel hat's geschafft. Nein, 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 er hat sich im Set geschafft, Mann. Ja, was hast du denn gemacht, Semmel? Laufen. Ja, gesprungen. Er, er ist gesprungen. Ah, das Bett war so offen, Mann. Ne, im Set, sprungen. Hä? Äh, springen. Sag das. Ja, aber Luma, mach erst mit ihm unterwegs. Konterweg. Wir müssen sehr schnell sein. Ich bin gleich oben bei dir, ne? Komm, Luma. Alter, sein Auto-Clicker. Das ist so unnormal. Er hat ernsthaft garantiert mich selber bewiesen. Matthias hat ja auch 100 Meter Autos-Clicker. Ja, aber ich hab's eben schon geschafft mit springen. Moritz auf dem Test. Moritz, genau das selber haben wir uns auch gedacht. Ey, Luma. Sie sind jetzt hinten bei mir auf dem Konterweg. Du hast dich grad seitlich geschlagen, ne? Ich hab' ihm seitlich'n Double-Hit gegeben. Wird sagen, ich mach' nen zweiten Bogen oben, oder? Dass ihr oben auf keinen Fall bekommen könnt. Ich brauch' erst mal einen Bogen oben. Ja, Nick hat... Achso. Ihr müsst den Bogen nach vorne bringen. Und den Konterweg abbauen. Dann müssen sie unten kontern. Einer... Die sind beide Low-Ein-Click-Werke. Ich hab' ne Pick. Was? Hey, warte, sind sie hinten oben, oder wie? Ja. Ich hab' zwei Stück. Drei Stück sind gleich hinten oben. Hier, Luma, hier. Nee, der Semmel macht schon. Duma, kann ich mir auch nen Bogen oben machen? Das liegt nicht allein. Jetzt sind drei Stück oben. Der letzte ist Full-Equip. Duma? Ja, die haben Bogen oben. Die haben hundertprozentig nen Bogen oben. Ja, haben's ja auch. Nee, haben die nicht. Haben die nicht. Hat er? Der hat gar nicht. Der hat jetzt genug am Bur лю. Oh mein'n Gust. Alte, Rot-Aims Out. Das war nicht Rot-Aims. Das war die Grande-Campi. Slowpt Zero hat n'yes Bogen. Der Macht sich dort zählten. Da ist einfach nur deren Bogen oben machen. Da sind die noch lange beschlagen. Ja, manchmal.. Ich weiß aber, wenn die unten kontern brauchen wir den Bogen ja sowieso. Dann kannst du runtergehen. Ja. Leberkäs Beck ist voll der Taktiker von Taktiken, die eigentlich keiner macht Ist der übelste Taktiker, aber ist trotzdem schlecht Typischer Zonicraft Ja, Semmel holst du Ich geh hinten mit Bogen hin Ich hab alle drei oben Semmel, baue mal wieder eine sexy Base Leberkäs Semmel, da ist schon so eine halbe Warnung Baue doch mal ein Base zu Ende Ja Könnt ihr mir weiter vorne noch eine Base bauen, dass ich direkt auf den Kontorweg Semmel, baue mal den Kontorweg ab Ich brauch selber einen Semmel, du kannst einfach den Kontorweg abbauen Semmel, gib mir den Kontorweg, das bist du wichtiger Ja, maus, Semmel Hat er es jetzt? Ja, hab ich Okay Sie bauen jetzt unten Piu piu Knick, unten Ja, ich schieße hier unten ab Da muss jetzt ein zweiter Bogen hin Berg hat einfach auch oben Bogen Ja, ich sag ja Taktiken, die sonst keiner macht Was, was sind für Taktiken? Berge, geh runter mit Bogen Ist jetzt egal So, ich schieße hier oben ab Hier treib ich tief Momentan Adelt, ich bin neben's Bett gesprungen, aber okay Oh, ich hab' ich das überlebt hab' Das war so viel Kann jemand das aufnehmen, der setzt vier Blöcke, nachdem er runterfällt Vier ist noch grad so legit Vier an die Seite Fünf, Fünf, Gummi hat's getaubt, Fünf Ey, Luma, kannst du mir noch nen Koffel bringen? Ich hab mir nen Koffel hier richtig scheiße passiert Vier Aber jetzt kann ich nicht den Konterweg runter Oh mein Gott, sind die Scheiße Leberkäs und eine Semmel dazu Nick, hältst du das kurz noch hier aus mit dem einen Koffel? Ja, ich bin da, dann muss ich das hier aber ein bisschen abbauen Danke, Nick Tut mir leid, Luma, es tut mir so leid Sechs Blöcke, sechs Blöcke, nimm die mal auf, Leute Es tut mir so leid Und Nick, du hast doch Mods in deiner FL, oder? Was hab ich? Ich hab' mal ein paar Mods Ich hab' keine Mods, ey Ich hab' keine Mods, ey Ich hab' keine Mods, ey Yo Mein Pick ist kaputt einfach Oh mein Gott, das ist jetzt einfach vier bis sechs Ey, du hast sie in der Hand Du hast sie in der Hand, Sammel Ja, das ist ein Bug, das hatte ich doch Die Scheiße ist rechts beim Villager Also links beim Villager Ist die eingebaut? Ähm Die ist nicht eingebaut Da liegt doch noch Gold daneben Berke, bist du jetzt unten mit Bogen, oder nicht? Ich bin oben, ich bin noch oben Ich würde runtergehen, Berke Neun Gold, neun Gold gelootet Nice Nimmst einer mal What-Am auf, der hat eh wieder Klicker an Ja, ich nehm' die ganze Zeit auf Sie haben noch drei oder vier Gold Leberkiss Hast du die Leiter-Szene mit Luma eben aufgenommen? Ja, die hab' ich auch auf Aufnahme Ja gut, die ist auf jeden Fall bei Welche Leiter-Szene? Wo du ihn seit ich den Double gegeben hast Achso Luma, du bringst mir ein neues Koppel, nicht vergessen Hä, da Weiß nicht so schön Ey, wie die fuck Ray gerade ab Ich hab' die Bocken zu zerstören Ich hab' die Bocken zu zerstören Ne, groß mal die da unten, Junge Es hat sieben bis acht Blöcke Berke, geh' einfach nach unten mit Bogen Hier treff' ich die besser Die kommen nicht mal weit Ja, aber wenn die Karrewerfen dann Ach, jetzt hat er gerade Wir haben noch ein Gold gelootet Ja, wir haben zwei Küsten Nein Nein Ah, genau Er hat mal wieder ein paar Blöcke unten dran gesetzt Ah Nicht mal unten dran Die sind alle höher Warte, legge ich legge Ich werde gespielt Seine legge Ich hab aber gerade meine Schütze Kammer Hat auch mega verzögert an Ja, genau Die wollen übrigens einen Saraline Konterweg bauen Was war, was war denn? Er hat gerade eben wohl getroffen Also insta noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke drangesetzt Geil Der hat ja auch Autopräker Wer war das denn? Rodney? Ja, er hat sich auch Pinkfotze Er hat sich auch schon selber gebast Ja, die haben alle den gleichen Skin Das ist allzu ähnlich Das ist richtig Nervig Also Berk, ich würd jetzt langsam echt nur das Boot runter gehen Ja, wir müssen das zu zweit machen Okay Ja Okay, ich geh auch unter, Nick Okay Du machst nur du zuerst Echt? Da läuft ein Vordergrund Ich dachte, du wollt grad schon okay sagen Es hat mir angefangen, dass die Chests gelootet ist Okay, nice Berk, geh zurück in die Base Die sind gleich durch Ich bin nach unten Der sitzt ne 100 Blöcke Man, ich schaff's jedes Mal Jungen Was machst du denn immer? Ja, Luma, du musst das machen, was Luma Ich hab's doch gerade zweimal geschafft Ja, Luma, ich mach den P-Schutz Okay Ja, gerade hast du's nicht Aber wir müssen das Bett abbauen, bevor die irgendwas machen können Ja, das stimmt Mach nur P-Scharfe, also oben noch ein paar Sekunden Macht das nen Unterschied, wie weit ich im Koppel drin stehe? Ja Du kannst halt rausgeschossen werden Ja, Adel Ich schaff's doch jedes Mal, was bringt das, wenn ich hinten drauf bin? Zero kommt wieder unten Hey Adel, ich schaff's doch jedes Mal Na toll Na toll Der ist jetzt ja down Setz noch 100 Blöcke Die bauen Saraline Konterweg Kannst du die auch Saraline Konterweg Saraline Konterweg Welche Runde ist das eigentlich? Die erste Ich schaff's doch Saraline Konterweg vor Boah, ich bin... Wie lang geht die Runde schon? Was sind Newer-Version? Deine Mutter ist in Newer-Version Newer Newer-Version Wie lang läuft die Runde schon? Elf Minuten Das heißt, sie haben... Die bauen ziemlich weit hinten raus Das heißt, sie haben... 22 Gold, minus 4, 18 Gold Haben sie nicht Minus 9 Wir haben gelootet, Maurice Achso, okay Da ist ein Fullequip unten Mit Stärke denke ich Stärke denke ich Nee, die haben noch keine Pferde Ey, die könnten gar nicht so viel Gold haben Doch Doch, ich hab Partikel gesehen Leute, trotzdem mal... Pass mal auf Fluma, macht immer was Gummi hat was, Gummi hat was Der hat keine Stärke Doch, der hat echt was Der hat ohne Scheiß, glaub was Ja, aber der hat keine Stärke Warum sollst du dir was sagen? Wir haben noch neuen Gold genug Die haben noch locker keine Pferde Außer dem hatte der noch Holzpickel Vielleicht waren's auch die Partikel von deinem Teil Ja, okay Ich hab echt Angst Ich hab echt Angst Dumm, ich brauch nen Tipp von dir Wie ich den spammen sehe Äh, ich komm nicht hoch Ich mach jetzt das Was ich am besten kann Was denn? Oh, Fum Ah, Wege aufbauen Nein Oh, aber... Das kannst du fest Ja, ich bau aber kurz noch das hier ab Aber pass auf, die ping'n dich weg Du könntest mir den Bogen abnehmen Weil ich eh keinen Aim hab mit dem Mag-Tracker-Pack Ja, aber ich hab Aim Ja, du hast Aim Ja, du hast Aim Ich hab keinen Aim mehr Doch Nein Ach Ich glaub du hast mich noch nie... Du hast mich seit 8 Wochen nicht mehr spammen sehen Dann würdest du nie sagen, dass ich Aim habe Ich hab dich grad im CW spammen gesehen, aber egal Ah, da hab ich nicht gut gespammt, aber okay Doch, aber egal Du bist nur halt nur runtergelaufen, sonst hast du gut gespammen Wie Luray hier rumflamed Wir müssen mal... Wir müssen heute zu zweit M.G. machen Luma, Luma Ach, da Alter Matthias, genau Ja Bleib hinten, Luma, ich treff den Alter, Luma, ich treff den Alter Alter Der hättest draufgemust Slash ist... Darf ich mal ausschreiben? Nein Natürlich, warum nicht? Nein Der hat doch die ganze Zeit aufgehört zu schlagen Ja, hat er echt Ja, und? Das ist doch kein Autoklicker, denn die müssen doch nicht übertreiben Klar ist das Autoklicker Luma, kannst du meinen Bungie übernehmen? Ich würd gern ein, zwei Ja, Niko, weißt du wie das kommt? Dass er aufwärts zu schlagen? Aber wir wissen halt, dass der Autoklicker anhat Das ist es halt Wenn Luma nicht nur endet, macht den halt aus, kurz Es ist jetzt nicht wirklich schwer, das zu timen Aber wir wissen ja, dass der Autoklicker hat Und das ist das Problem Ich bräuchte oben langsam einen neuen Bungie Ich hab noch die Klippte Da wär einer sinnvoll erklären, was die da bauen Der baut sich, der hat was, der hat was Die bauen hinten den Konterweg noch Also, so ganz hohe, ganz weit hinten Du mal, du mal bleib, wer ist Jaja, Semmel, ich bin hier Wenn der EP macht, wird der eh gegen den EP-Schutz werfen Und dann kann ich Suicide Nee, da kann der Worte Da kann der locker noch drüber werfen Machen die aber nicht Das macht irgendwie nie einer außer Nick und Trooper Er rennt vor, er rennt vor Boah, hab ich den geskill-shottet hab Alter mein Wenn ich Perlen werfen dürfen Mein Gott, im Regeln So, dann würd ich das auch machen Wow, start dieser Igel Ja, hat der jetzt was oder nicht? Nein, die haben noch keine Perle Ab 20 können die ungefähr eine Perle haben Der spielt aber wirklich mega safe Nick Hat der volle Quip? Der wollte vorher antäuschen, dass er irgendwas trinkt Ach, leider baust weiter, okay Kann ja auch sein, dass er noch eine Quip-Kelle macht Aber wäre ein bisschen unrealistisch Also, un-un-un-durchdach Der hat keine Perle Wenn er was macht, das ist fake Und er hat auch immer gefakt, dass er irgendwas trinkt Also... Wir dürfen uns trotzdem nicht darauf ausruhen, dass er nur eine Holzpicke hat Sag's ja noch Ja, Luma, kannst du gleich meinen Bogen nehmen? Ja, trink hier Ey, die sind so dumm Wir wissen noch, dass sie nicht so viel Gold haben Ja, jetzt wird er gleich springen Haben die eigentlich schon Eisenböcke hinein, ne? Boah, der hat richtig viel Stärke ab Doch, haben die schon Aber wir noch nicht Ich bau mal kurz unser Benner Wasser rein Ja, aber weiter Luma, kannst du meinen Bogen nehmen? Wenn die da hinten jetzt anfangen... Äh, also ich kann jetzt entweder den Bogen von Nick oder den von Berke nehmen Beide kann ich nicht nehmen Nimm mal meinen, bitte Nein, vorne vorhaben die noch keine Eisenböcke Mein Berke, du musst sparen Nein, ich mach jetzt der Emilia-Polz 2 Ich mach jetzt der Emilia-Polz 2 Ey, ich hab doch für ein gutes Block-Emilia-Mas Ja, dafür brauchen wir aber Proxy-Effene Die bauen den Bad bis zur Map-Grenze Ja, machen die auch Der wird echt zur Gefahr Ich kann den nicht absparen Das ist viel zu viel Das geht auch nicht Du brauchst gar nicht versuchen Die One-Sticken jetzt Und ich brauche... Luma... Luma nimmt mir wieder nicht ab, kaufe einen neuen Bogen Ich hab mir noch 30 Schüsse Die machen da jetzt einen Konterweg Äh Lebercase Wer ist nochmal 721212? Ja, okay Ich Ne, keine Ahnung 721212 Ach, Adit Adit, ich find's so frei, dass ich mit dem Clantic bist Da kannst du so... Mach TNT... Ja, Semmel, das reicht Das reicht locker Und MLG? Semmel so voll die Burg Lebercase Damit kannst du mir Blöcke vorbeibringen Tut mir leid, Adit Wir haben nicht so wie du Autoclicker Bei uns ist das nicht so safe, dass wir MLG schaffen Warte, wir haben den schönsten EP-Schuss, den wir jemals haben Die bauen sowieso jetzt grad EP-Schuss Ich äh... Ich schreibe... Junge, das war auch nur Spaß Du weißt immer so gut wie ich, dass wir das schon mal hatten Hattest Ey, wo schreibt Adit euch das? Adit hatte ganz sicher mal Autoclicker Ja, hatte er auch Bist du das nur mal hier oben? Und das weiß... Nein, ich bin das nicht, weil ich grad noch das Bett eingebaut habe Das weiß jeder, dass Adit mal Autoclicker hatte Allein wegen dem Video von Gangbang Semmel, Semmel Gang, Gangbang Also wenn die jetzt der Perle macht das Bett weg, weil ich geh jetzt raus aus der Base Ja, mach ruhig Da kann man nicht mehr drüber werfen Den Semmel springen, mach mal jetzt MLG bitte Warum sind da Blöcke in der Luft? Nicknack, da kannst du nicht mehr drüber werfen Die Blöcke sind in der Luft, weil da mein Weg war und ich den abgebaut habe und in der Zeit abgespampt wurde Vielleicht wirft ihr ja alle dagegen Ich hab gesetzt, aber hab's verkackt Warum sind Blöcke auf dem... Haben die hinten schon hochgebracht? Haben die hinten schon hochgebracht? Mouris Was? Haben die hinten schon hochgebracht? Ja Ich seh das schon gar nicht mehr Ich seh das gar nicht mehr von hier Ich seh das gar nicht mehr von hier Ja, die setzen ja gleich zu oben hin I wanna swing from the Chandelion Drop mir mal deinen Pfeilneck Hast du einen Koppel für mich? Ui, zwei Schüsse Wie lange geht die Runde schon? Hab's gesetzt Ich hab auf die Halbstufe gemacht und zwar sehen Nicknack, das Antwort ist nicht kleiner, ne? Nicknack, mach mal TNT oder so Wie lange geht die Runde schon? Haben wir schon genug? Wir haben 24 Gold Wollt ich machen, du mal? Ja, klar, bevor die über uns sind Damit kannst du eben meinen Bogen nehmen Ich? Ich bin überhaupt kein Spiel Ich will noch einen MLG machen mit Schafen Ne, Berk Äh, ein Brauchst 1, 2, 3 Ne Ja, wir haben glaub' keine Bronze Wie viel TNT brauche ich, Maurice? 5 5 mindestens Dank Ja, dann speich' ich noch ein bisschen Äh, wo soll ich überhaupt Finnspillen? Die brauchen grad die TNT Schussbarke Äh, unten Auf unsere Base? Okay Braucht euch denn so scheiße im Spill Nein Warum erzählen wir jetzt im Bogen? Ja, Berk will einmal MLG machen Ja, okay, 1 MLG Ihr müsst mir übrigens sagen, wenn hinten irgendwas passiert bei denen ihren Konter weg will Ja, die bauen sich schon zu dir Die bauen wieder TNT Schuss weiter Sie bauen einen zu dir Und einen wollen sie noch weiter nach oben zu eurer Base bauen, glaube ich Nick, du haust grad einen, ja? Ne, ich bin schon nach oben nach oben gehen Ja, aber du hast schönes Zeug dabei Ne, ich hab keine Perle Warum nicht? Weil ich noch ein bisschen spare Nick, die sind gleich über uns Wir müssen aber beide machen Ja, ich brauche immer mehr TNT Das stimmt so nicht, dass die gleich schon über uns sind Echt jetzt? Na, ich glaub der Weg bauen noch ein bisschen Aber Nick, je länger du wartest, desto schon mehr EP-TNT Schütze haben die auch Und ich kann die halt echt nicht davon abhalten Desto länger ich... äh, jetzt hätte ich nur 4 TNT, damit wäre ich das ganze ja nicht schaffen Nein, das reicht nicht Nein, jetzt brauchst du gleich 7 TNT Die bauen aber schneller einen EP-Schutz als du TNT zusammen machst Ja, Junge, schmeiß einfach EP runter und geh durch, hatte eh keinen Sinn Ja, wenn die bald weiter so hochbauen, können wir einfach draufschwingen auf den EP-Schutz oder nicht immer liegen Boah, ich treffe nicht Denke übrigens, dass die Perle machen, weil die... weil die... das... ich... mein Gott, ich... sorry Ich denke übrigens, dass die denken, dass ich Perle mache, weil die alle zu viert in der Base sind Kann sein Na, Schafe sind raus, Schafe sind raus Ich mache noch einen Sideway, sag'n Ernst? Ja, damit die die Schafe weglocken Das war für die Schafe Achso, 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 ups Machen wir eben was Ne, Nick Ja? Nein, nichts, ich wollte dich nur anfeuern Nic 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 Wie? I love you Man baut an das Bett keine Eisenblöcke, da geht doch eh keiner mit Blockamilch Ja, ja, da... Wie war das nochmal? Ja, da hat er da richtig einen Prox-TF gemacht Junge, ich hab das prediktet, dass das passiert Nee, das war Prox-TF-Like Prox-TF ist doch Gott, was habt ihr? Luma, darf ich Eisenschwert-stärke-Pferle machen? Nein, Nick, werd jetzt nicht leichtsinnig Ist echt so, mach das 3-10er-Bau, Junge Ich will ja Eisenschwert-stärke-Pferle machen Nein, das schaffst du doch alleine Ja, nee, nicht Emil G Watergame ist fast down Oder wollen wir Doppelperle machen, Luma? Ich würd sagen, einer bleibt safe, wenn der Base mit Eisenschwert Junge, du musst die mit 13er-Bau jetzt alle wegballern Ich hab aber grad... Ich kürb mich, dann nehm ich deinen Bogen Nein, Arte E-Lust nicht im Klern Ich glaub, ihr müsst euch mal einen neuen Bogen machen 13er-Bau, ich würd die jetzt alle 4 57 50? Passt das? Weiß nicht Ja, ich hab eh nix wieder zum Spam eigentlich Nee, hast du EP dabei? Nee, hab ich nicht Ey, mach doch einfach WP, ne Holt, es hilft mir auch dahin Ja, WP haben wir noch nicht Er hatte WP eben grad schon Oh, wir haben 3-10-Doll Gummi will hinten den Weg hoch Gummi Gummi? Gummi Gummi, also Ja, Gummi, was machst du denn da? Gummi, beruhig dich Der wird aufpassen, der wird dort oben weiterbauen mit dem Heimdall-Chest, weißt du Kann durchaus sein Und der kann dann safe weiterbauen Aber wenn wir den Base haben, ist es... Der Werk hat schon einen MLG gemacht? Ja Warte, ich nehm deinen... Okay Obwohl, Simon, komm, lass zu zweit in der Base bleiben Ja, ja, ich geh dann immer drauf Okay Obwohl, warte Nick Nick Du hast Pink, bleib du Base mit Nein, ich will nicht in der Base bleiben Irgendjemand muss in der Base bleiben Ja Du und Nick Wo ist der Aktion? Ja, aber ich schlaf ja so gut wie jedes Warum? Boah, dieses Schaf Dieses Schaf war so knapp drauf Und Kamele reitet Ja Und Kamele reitet, genau deswegen TNT bringt glaub ich nichts, die haben so viel TNT Schutz Aber in die Base kann ich das TNT Wahrscheinlich hat Wartem auch noch M-Bot Hä, TNT Äh, gibt keinen Sinn Bleib dir jetzt füllig mit Base Oder soll ich einfach nur Perle mit der Eisenschütterstärke machen? Schmeiß einfach 20 zu 4 so und der Kerl muss es da unten Ja, wir haben genug um zwei zu machen Da macht zwei Eisenschütter So Gummi baut jetzt weiter den Weg hinten Der Gummi Das ist genauso wie dein Bo, Nick Nick Oder Bron-Bronze Bron mit G Bronze Warte noch Bronze Ja, Bronze Luma, soll ich jetzt machen oder nicht? Mach halt Aber wir brauchen eine Eisenschütterstärke Ja, ich mach zwei Wenn ich noch nicht zusammen hab, dann mach ich keine Perle Er kann TNT Ich hab noch nicht zusammen Ja, Berke, dann nimm hier Der Test Ey, was denn? Gar nicht wie oben TNT Wunder das ist so richtig scheiße Leute, irgendwer muss Eisenschütterstärke aus der Chest nehmen Hallo Was denn? Berke, Sammel Was denn? Einer von euch muss Eisenschütterstärke aus der Base Das Ding jetzt nehmen Sammel bleibt Warum? Hä? Ich bringe Emel schon rum Hä? Sammel schon rum Sammel ist schon rum Obwohl, warte, du musst Selber machen Emeligi Es ist egal, dann käme ich so lange Emeligi bringt jetzt überhaupt gar nichts mehr Aber mach ruhig Herr Nick, warum? Warum bleibst du nicht in der Base? Mach ruhig Mach ruhig Mach du nicht Mach doch einfach Ja Ja Du kannst nicht draufschießen Warte, ich nehm die Rod Ich geh hoch Ja, kann sie nicht Nein, er nicht hochgehen Doch, zwei Blöcke fehlen nur Was? Zwei Goldbombien Jetzt zwei bleibt best Ich hab High Pay Nimm mal einen Block fehlt Oh, der ist echt knapp Ja, Berka Einrush kannst du ruhig machen dann Aber danach mach ich Perle Da, ich seh Gummy Sammel nimmst du die Eisenschütterstärke aus Ja, die kommen an, doch die kommen an Hey, baut wieder hoch, er hat's gecheckt Ja, ey Komm, jetzt kannst du dich nicht mehr treffen Jetzt ist kein Fall Sammel, das ist nicht so schön, das Eisenschütter in der Hand zu halten Gut, also Gummy krieg ich nicht, der ist obendurch Ja, der ist wahrscheinlich auf ne Ender Chester Ein Spectator bitte dauerhaft auf Gummy an Ja, mach ich grad die ganze Ja, dann werden die anderen Spectator nicht mehr auf Gummy achten Wenn Niklas auf die Nacht hat, reicht's schon Warte, du mal, ich bring dich noch was Oh, da ist Goldgame raus Was? Will dich an-sneaken Komm mal, Mats, ich bin grad Ha Konzentriert Ich hab jetzt EP, Stärke, äh, nicht EP, Stärke, Eisenschütterstärke im Moment Ja, okay, ich hab jetzt EP, Stärke Ja Hast du, äh, Koffer? Ja Leute, wie viel bei denen dauerhaft in der Bay ist? 3 Warum hast du einen Bogen, Jakob? Komm, bekomm ich einen Hast du einen Wie viele bekomm ich mit Eisenschütterstärke? Ja, komm, Mats, ich weiß nicht Könnt ihr auf mein Paketverlust schauen? Ja, und ich timet Ich fiele jetzt, wo Gummy in der Base ist Ich timet, bitte Ich timet Doch, er timet Ja, kann einer der Screen mal ein Paketverlust Ja, mach schnell einen Screen Screen Video Du timest nicht, Berko Du hast kein Paketverlust Hey, du timest nicht, du bist doch da Du bist da Du hast aber kein Paketverlust, Berko Der hat gesagt, der war R3 Ja, ich hab vor allem Der hat aber echt gelaggt Hey, 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 ping, aber du hast kein Paketverlust Berko, du lagst doch nicht hier im Spiel, also lagst gar nicht Doch, grad schon, grad hatte ich nicht Ingame nicht mehr Ingame nicht mehr Ist unser Bad Full Iron angebaut? Ja, ja Warte, bist du gar nicht aus der Bases mit der P Du mal hier Broch Kann ich hier nicht gebrauchen Okay Oh, Berk, hast mich erschreckt, man Nein Sind die alle Berke Gibt dir in den Wokfolden? Leute, sind die alle komplett in der Base? Ja, du mal das nicht zur Baseball Oder einer irgendwie auf ne P-Shots oder so Ja, ne, alle Alle in der Base Soll ich jetzt dringen oder nicht? Nein Das bringt nichts, wenn die zu drinnen in der Base sind Das bringt nicht, du wirst von allen Reisen kriegen Hey, ist Gami auch in der Base, oder was? Ja, Gami ist auch in der Base Bis der aus der Base geht Der ist in die Blöcke ausgegangen Ja, gut, dann warte ich jetzt hier oben Werke ist bei mir in der Base, oder? Der macht sich gleich Aber ich glaub, RodAim würdest du bekommen Der steht noch an ihr jetzt Gami hat mindestens ne Steinpicke Das ist eine gute Information für Ja Ich hab RodAim down Ich hab RodAim down Nice Ich weiß es nicht Ich hab ihn irgendwie durch die Lücke da durchgeschossen Xero RV hat ein Eisenschwert Autoclicker down, darf er schreiben? Nein Nein Ich bin so dumm Statt Einstein habe ich mir 5 Core-Verbs gemacht Nur, soll ich auf Gami werfen? Nice Weiß ich nicht Ja, Arte, du darfst schreiben, was du willst Du bist nicht im Klaren Also, schreib mal auf Ja, nice Geh, dass der nicht eingetragen ist, Nummer Ja, sehr sicher Egal, Elision kann eh nicht antworten, wir haben doch alle Chat-Mute Echt so Echt so Wer hat ein Eisenschwert Wer hat ein Eisenschwert? Wer hat ein Eisenschwert? Ehm... Dero RV Egal, mach Und der ist rum Und der ist rum Soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt machen? Mach, mach, mach Die kriegst du vielleicht Ja, die kriegst du Ja Alles Achtung Ja, der hat ein Eisenschwert Egal Egal Gami war grad aufm Weg zurück Der geht jetzt aber nach oben Alles, hier müsste ich auf die EP von denen vorbereiten Ja, ich steck mich da gleich hoch auf den Weg Doma Port, du dich insinst, wenn er die EP wirft runter zurück Ja, ich kann nochmal versuchen, wenn er hier über mir langläuft, ihn runterzuschießen Du hast nen Porter, Doma Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, ich steck mich jetzt hoch auf den Weg Du steck dich ein bisschen hoch und Das hast du sehr gut gemacht, Berkan Sehr nice Mach das Der ist echt der übelste Taktiker, aber können keiner trotzdem nicht Können wir auch Ey, Xero hat ne Eisenspitzhacke, ne? Ja, ach was Kann sein, dass... Ey, Leute, kann sein, dass Gami uns ablenkt und Xero dann unten ne Perle durchbührt Ja, ja, das wollte ich damit so sagen Einer muss permanent auf Xero Ey, dafür müssen aber erstmal mit die Mauer treffen Ja, ich guck auf Xero Ey, Leute, der kann doch rechts an unserer Base langwerfen Nein, ich guck schon die ganze Zeit auf Xero Ey, Semmel, mach mal den EP-Schutz noch an... Bei rechts noch weiter Wo ist ein Gami, Leute? Von hier aus rechts, oder was? Ja, von unserer Base aus links, meine ich Bleib Base, bleiby, bleiby, hier nicht Das wird mega knapp hinterher noch Hinter der F Ja, trotzdem kann er es machen Ja, ich war weiter, weil sie failed oder so Und save is save Das wird er nicht machen, der wird den Perle an die Wand der Affen der Rette Plattform Semmel, wie lange geht die Runde? Er kommt jetzt, Lummer Nick, wo bist du? Ich zeig mich grad hoch auf den Weg Semmel, wie lange geht die Runde? Ich bring gleich noch Leiter mit dabei 28 Minuten Wo hast du, Nick? Äh, drei Stacks Ja, okay Und man fragt sich, was hat der vor? Einer achtet dauerhaft auf Xero Ey, Digga, ist aber so ne Waterball Ich schaffe dich permanent auf Gummy Ich stelle vorher ne Waterball Das wär so scheiße Er hat Woppowder Er portet sich Du, Martin, getroffen? Nein, er hat auch Ja, jetzt muss der aufhören Stell drauf, Nick Nein, getroffen Er schafft nicht, er schafft er nicht mehr Das schaffe ich nicht mehr, ne? Doch, er rennt, er rennt, er rennt Er rennt, er rennt Zieh, 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 zieh 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 Junge, mach mal Usain Bolt hier, Gas Wir haben ein Problem Und zwar Wer hat den vielleicht oder so? Der kommt mit mir runter Ja, der kommt safe Weg Weg Nein, an der Stelle hat er gefickt Soll ich mich hoch? Ich steck mich hoch auf den ihren Weg Dann kann der nicht von oben Gegegege Ich komm nicht mehr runter Soll ich ihn durch sein? Ja, ja, nee, 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 nee Warte, Samuel Nee, 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 nee Ich setze jetzt den Cobbwub Ich setze jetzt den Cobbwub Schade Geht er hoch? Er teleportet sich Er teleportet sich Er teleportet sich Loma, ich bringe jetzt Leiter mit der Melotone auf Er ist wieder in der Base Samuel, dein Stuff ist dahint Äh, Nick, du musst keine Leitern hochbringen Äh, ja, ich musste mich oben bringen Er ist nicht zugehört Ja, du kannst den Weg abbauen Warte, hier dein Schleck ist in der Chest Samuel Nick, ich bin oben Du musst keine Leitern mitbringen Gami geht jetzt Unten durch Oder will unten durchgehen Soll ich über hinten in den ihre Base gehen? Wenn ihn jetzt trifft Äh, Gami geht auf den One-Sec-Weg jetzt Oder so, nee Nein, der geht unten durch Wenn du jetzt einen Fall kassiert, alter Hä, ist der Typik jetzt? Was? 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 Wer ist denn der Typik jetzt? Wer ist denn der Typik? Wer ist denn so cool, ey? Wer ist denn so cool? Ihr müsst sofort schreien, wenn der Perle macht Dann vorr ich mich Ich glaub ehrlich gesagt, dass Gami nur den Weg bauen soll Und ich baue den Weg unten ab Also, an alle Fals, wir spawnen oberhalb Also, Berke hat den Spawn hochgebracht Noch hat Gami nicht mal ein Eisenschwert, ne? Ich baue den Weg trotzdem unten Die werden eben Double Perle versuchen Und keine Eisenpickel Macht mir auch möglichst viele Traps in die Base, überall Ich hab schon Ich geh jetzt von hinten zu denen in die Base Eine ist ja schon hinten drauf, die seh ich aber die andere nicht Mach auch noch aufs Bett welche drauf am besten Überall Traps in, die gehen jetzt beide los, die gehen beide los Beide unten durch Beide unten durch Sag, wenn wir trinken sollen, sag, wenn wir trinken sollen Trink schnapp Nein, trink, nicht hinter dir Also, Cero hat ne Goldschwert Der hat echten Goldapfel, Goldapfel gegessen Nein, der, hä, der hat Fleisch gegessen Ich hab den getroffen zweimal Gami hat Eisenschwert und Cero hat äh Goldschwert Cero hat Fleisch gegessen, der hat kein Goldapfel gegessen Cero hat Eisempickel und Gami hat Eisenschwert Oh, ne, Junge, Busy, was nervt doch nicht Cero hat bei Hey User in your channel was kicked from the Cero Also, ich bin jetzt, ich bin Andere da auch unten, Leute Ja Ich bin jetzt gleich in den ihrer Base Lach einfach durch Gib den Fick auf die Jetzt hast du keine Base mehr Doch Uh, uh Hä? Jetzt will ich laufen Ich hab ein Herz Nix unter dir ist Oh, ne, die sind beide Die sind beide Oh, das ist Hammer bleibt bei Ja, Gami hat ein Eisenschwert Luma, bist du gleich bei denen in der Base? Ey, das sah gerade aus, als hätte Gami seine Perle gegen dich geworfen Nee, hat er nicht Ich, 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 ich Er trinkt Ja, Stärke, 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 kommt Trink, trink, trink Hab getrunken Der andere auch Nice, Berke Hab da Hab da Hab da Der einer ist dann oben noch Ja, hab da Nein 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 Boah, Alter Boah, was ne Rune Diese Blöcke in der Luft haben sie gerissen Alter, was ne Rune Alter, was ne Rune Alter, die Blöcke waren echt Wie keiner von denen, die die schreibt Ja, die können ja gar nicht schreiben, Nick Doch, Vulpix hat die die geschrieben In 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 We In 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 In